Hälfen, hälfen, hälfen Und ziehen Hälfen, Hälfen, Hälfen Ja So Nein, ich zieh sie dann so weg Hallo Äh, wen nehm ich denn? Äh Du hast total die Nase gelangen Ich hab ganz, ganz viele Und Mr. Burns Ja 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 ich habe es wirklich nicht da wo wir wohl ein Pferd mit der Börnchen Du musst hier so ein Limo oder sowas müssen wir zu besuchen hm was denn? passt eigentlich nur der hin ja ich kriege den ja komm Minibis und den Stern 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 Après быстро Stabil Schlepp Parra Ja Ja é Das Wifverhalten von dem Wagnis ist gar nicht mehr schlecht. Keine Ahnung. Ich hab sehr sehr viele zu aussagen. Ich hätte so eine Idee. Aber dann bitte auch so ein Let's Play, ne? Achso. Weißt du die kleine, ne? Könnt sich glaube ich gut machen. Ja, ich hab das nicht. 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 Oh, Kacke. Die Waren. Aua. Glückhaft, er hat mich damals eine richtig geile Geschwindigkeit wieder, ganz schnell, weil er leichter wie ist. Weil er so witzig ist. Ach, Manno. Ich muss mich so ein bisschen an das Glück treiben. Huuuuhhh. Oh. Wow. Hä? Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab die manchmal übersetzt. Die Stimme passt voll nicht zum Bremsen. Du hast die irgendwie dann gesehen. Die macht ja automatisch. Scheiße, ja, danke. Ist immer das auch wahr. Ey. Ah, kaum bist du... Gut, kaum bist du erster, ne? Na, reinkommst du besser. Ey, ich war erster? Ich war erster? Oh, hab ich ja hingefunden. Ja. Das war zu dem Thema. Ich geh immer bei Pilziger. Ja, erster. Alter, war das knapp. Guck dir jetzt mal die Zeit. Oh, wie mie. Okay, die Zeiten jetzt gleich mal an. Ne, doch nicht schade. Ich steh nur im Gang und Scham. Und in 4.6. Manno. Ich hab das aber auch immer veräulteren. auf dem Weg stehen, die auf uns geht. Oh. Ne, ne. Aber das war so extrem. Oh nein, ist das nicht die mit dem Unterwasser? Ja. Ich weiß doch, ich hab das mit Julie und Juna gespielt, ne? Julie und, äh, Julie und ich waren so voll stolz auf das wir, äh, so auf dem Rasen gefahren sind, wie ich in den Wasser, ne? Und da meinte ich mir so, äh, ihr müsst aber in den Wasser fahren, ne? Und da meinte ich mir so, fuck. Wir waren einfach voll stolz, dass wir es geschafft haben, so nicht im Wasser zu fahren, weißt du, dann kommt sie so, ja, ihr müsst aber nicht erst wegfahren. Und dann seid ihr schneller und wird so, ja, geil. Und dann sagst du uns das nicht früher. Und so, ja, weil ich das lustig fand. Und im Wasser gehen wir. Ah, pfff. Hä? Wo bin ich? Ja, hier. Boah, ich find diese Stromfläche voll geil. Nein, alter Box, ich werde nicht schaden. Oh, das hier finde ich die Lisa. Wo sind sie drin? Ja. Ja. Fähig ich gerne mal ließe. Also, du mal die ganze Zeit hier drauf zu bleiben. Oh. Ich schaff's auch gerne mal. Weißt du, was ich da schon drin gerne ne schaffe? Oh, ich hab's, was ich da schon drin gerne ne schaffe. Ja. Und herum. Und herum. Und herum. Und herum. Und herum. Und vor allem in der Röhre. Die ganze Zeit nur so im Kreis, ne? Wow. Diese hat's geschafft. Oh, wir sind jetzt klein. So lieber von... Ja. Wo ist denn das so? Ja. 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 Die kleinen Dolnsi ist dann wieder vorbeigefahren. Ja. J heads! Ja. 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 Oh, Luigi kann nicht noch. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Schade, ich treffe den scheiß Gumball nicht. Höh, du bist doch nicht vorbei. Äh. Die Stimme ist so beschnitten. Die Stimme ist so beschnitten. Oh Mann, ich fahre immer hier. Nee, so. Alter Box, nein. Also knapp zwischen den beiden. Na! Siehst du das? Nein, ich würde mich einfach nicht so gerne an der Decke von mir übergefahren sind. Wurde ich im Kreis gefahren. So. So. Okay, ich kann mich schützen. An einer Wand hoch, an der anderen Wand hoch, dann bitte. Ich kann mich vor dir schützen. Oh, oh, nicht, wenn du die scheiß Gumbel trimmst. Oh, lecker. Aber, nee, genau. Ich bin nicht an der Röhre so, ich bin nicht so gefahren, weißt du, sondern bis dann so. So richtig schlimm, so die ganze Zeit so hin und her eigentlich, aber dann dabei noch im Kreis, weißt du? Nicht nur so rauf und runter, sondern so im Kreis so. Wiu, wiu, wiu. Geht nicht rund. Sag auf die Röhre. Ne, ich weiß. Ich weiß, wie du dich meinst. Was habest du denn? Weißt du, wie schwer es ist, aus dieser Höhre rauszukommen? Ja, warum hab ich denn. Hatte andere gehen. Einer ist rauf gefahren, willst du mich verarschen? Und in den Büschen können wirガannen oder Pilze sein, oder Sterne? Ich weiß, ich weiß. Oh, scheiße. Ich kann mich mit dem spielen bisschen besser, aber ich will. Was, naja. Das Auto ist wirklich scheiße hier, hat sich frech'n Weiß wieder Ah, ich hab's nicht mehr am Pilzer Scheiße, ist glaub keiner, wie es in Wara kommt Das ist nach dem光en Und in der Nähe Das ist nach dem光en Und es ist nicht so Ist das Und ich hab grad meinen neu gewonnenes item Pitschauab Wir rasten da einen Toko in die kanone rein Oh, ich bin zu weit in den... Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ich bin zu weit in den... Oh, das war gut. Ich bin zu weit in den... Oh, jetzt ist dieser scheiß Tiefengeist. Hier werden ja Pilze. Was ist denn da hinten am 10? Ich mach die Schilder nicht. Einfach gegen Schilder aufgenommen. Oha, ich bin wieder fast... Ich bin jetzt die Zielerade eröffnet. Du kannst ihn doch hier hoch. Banane, Banane, Banane... Zack, wieso kann man die Bonke zerstören? Ja, eigentlich kannst du... Wenn du den Kanonefjahrs alles wegkommst. Aber sei denn schon klein geworden. Natürlich, jetzt muss eine blaue... Äh, blaue Preise kommen, ja. Lass mich doch in Ruhe! Äh... Ah, ich bin gleich in der Richtung. Aua! Mist, hat er zaubert die Welt? Nein! Ach komm! Ja, genau! Ja, genau! Direkt nächste... Hallo, was geht? Ja, ist ja natürlich Banane drin. War direkt eine Banane vorne. Ja, die waren genau in dem Haufen drin. Rausgeschmissen hat er aber einen Hild. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Scheiße! Oh, Scheiße! Da bin ich auch noch nie gegen gefahren. Geflogen! Ja, ich schaffe immer das, was du für unmöglich hält. Du für Ungegriffere. Du kannst doch Luigi schlagen. Flusen am Musch. Ja. Flusen. Kann ich stottern. Ich stotter nicht. Wie kommst du dich drauf? Ich muss eine Arbebrotzen. Oh ja. Das gibt es einen Spätstart. Fahrt ihr schon mal. So, ich fahr auch mal los. Aua. Ich steig hier mit lustig. Da rechnen ja Stücke. Na guck mal, da bist du ja schon wieder. Scheiße. So. Ach so ein bisschen. Das hat aufhören wir nicht um. Das ist zuerst gefallen Wir bringen den da Euro nach unten. O Cara. Oder ist das jetzt zu weit? NICHT. Ja, wo du average. Ja, wo aberids muss jetzt wieder Da. das habe ich auch noch nicht geschafft, neben dem Turbo herzutragen Das schaut nicht andauernd Das ist für easy Efe So vollgegeben Ach, ich weiß nicht, auch mal wieder 2 Mal, äh, nein, 3 Die Rede ist hier von schön, noch weiter werden Dreckst du Ach, Mann Ach, Mann Ha, ha, ha Ich geh mit Ach, so viel mit Das war alle gut Kacke Hä? Hä? Ich dachte, hä? Ich müsste sich nicht entwicklen, wenn man das weiterfällt Eigentlich Ich meine, das ist nicht so viel zu fahren, es ist nichts passiert Hey Peter Ich weiß nicht, wie das geht Ich will nicht da werden, klar Voll nerven Ich will nicht da, klar Ach, Mann Ich versag, boah, ich versag hier voll auf der Stelle gehören aber hau doch ab nein das auf dem scheißwagen dass jemand zu sagen dass er lenken soll so nö der wagen ist echt scheiße aber auf der strecke nicht aber was jetzt versagen noch normal Größe wieder runter. Baby-Luigi noch übersprungen. Achter. Was? Aber zum Glück war noch erster. Oh, auf der Zünftbrücke, okay. Hauptsache ich bin erster, die Zünftbrücke. Was ist das für Punktsprünge? Naja. Naja. So, dann sind es drei Parts aufgenommen. 38. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Rising Star Fee und letztes Wort hat Rocking Jungle. Bye-bye.